So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier bei einem Triggerfist-Commentary, nicht Live-Commentary. Ja, da sind wir direkt am Anfang mal gestorben, aber ihr werdet sehen, es wird eine Überraschung geben. Ich wollte eigentlich nur ein Zweierquoten-Quoten-Quoten-Quoten-Gameplay schaffen, weil am Ende ist da etwas viel Besseres draus geworden. Ja, also ich spiele mit der M16, mit verbessertem Zoom und mit der Desert Eagle. Dann habe ich noch drauf, ah ja, genau hier, schnelleres Regenerieren und ja, das war es eigentlich nicht. Ja, mit dabei habe ich zwei Granaten und ja, ich spiele mit so einem Standardtypen. Ja, da habe ich gerade einen Pistol-Curl gemacht, eigentlich der einzige in dieser Runde, soweit ich weiß. Äh, ja. Ja, das ist schon sehr erkämmt, dieses, ähm, Gameplay. Da habe ich irgendwas freigeschaltet, ich habe keinen Plan, was es war. Auf jeden Fall habe ich was freigeschaltet. Äh, ich hoffe, dass es was Gutes ist, weil wenn es geil ist, ist es geil und wenn es nicht geil ist, ist es eben nicht geil. Ähm, ja. Da habe ich endlich mal wieder jemanden getroffen. Ich glaube, ich habe nie Double-Kills geschafft. Ich habe immer nur die Einzel-Kills gekriegt und ja und baum. Ja, da führe ich 10 zu 4, wenn ich richtig sehe. Ne, 13 zu 5. Ähm, ja, gleich ist das Gameplay dann auch schon zu Ende. Und es ist dann 15 zu 1 Gameplay. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, locht ein, Leute, fickt die Hennen in den Arsch und nutt.